Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ich bin ja so froh, dass du den Gedankenschinder zur Strecke bringen konntest. Ich hatte Sorgen, dass er sich auch dein Gehirn einverleiben würde, aber die waren wohl unbegründet. Nur ein wahrer Held vermag es, den Kampf mit solchen Ungetümen aufzunehmen. Deine tapferen Taten haben die Welt wieder ein Stückchen sicherer gemacht. Danke! Ein Hoch auf unseren Helm!